Herzlich Willkommen beim Gutfußberg Adventskalender. Beim Gutfußberg Adventskalender. Ich bin gerade im Kuhstall und wollte euch zwei, drei Sätze zu den Kühen erzählen. Hier im Hintergrund seht ihr die Erika, die mit den roten Flecken. Das ist die Tochter, gar nicht wahr, das ist nicht die Tochter, sondern die Kuhmannertochter. Die wäre eigentlich schon gar nicht mehr hier, wenn meine Tochter die nicht so lieb gewonnen hätte. Mittlerweile habe ich sie auch lieb gewonnen und ist ein ganz netter Charakter. Aber wir haben natürlich auch andere coole Charaktere. Und ich wollte euch mal gerade sagen, warum unsere Kühe teilweise Hörner haben und teilweise nicht. Vor einigen Jahren haben wir aufgehört mit den Enthorn und die Hörner, da ist Leben drin. Und ich sage mal, es ist natürlich immer mit Schmerz verbunden für die Tiere, dass er mit dem Enthorn auch wenn betäubt wird. Also es ist auch ein viel diskutiertes Thema. Und für mich ist es jetzt aber so, ich möchte keine behornten Tiere mehr haben, aber auch nicht enthornen. Ja, also was tun. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier die Schwarze hier. Das ist unsere zahme, unsere zahmste Kuh. Und die hat keine Hörner und die wurden nicht ausgebrannt. Und das hat damit zu tun, das ist eine Galloway Kuh. Galloway ist so eine kleine kompakte Rasse und die haben von Natur aus keine Hörner. Ja, deswegen musste ich die Hörner. Wir haben ja so eine ganz bunte Kuh-Michel. Das seht ihr schon im Hintergrund. Ganz viele Farben mischen. Das hat damit zu tun, wir haben halt immer verschiedene Rassen eingekreuzt. Wir haben erst Milchkühe gehabt. Die habe ich gekauft. Und dann haben wir Limousinen drauf getan. Und auf diese Töchter dann Blond Aquitaine. Und der Bulle war reinerblich hornlos. Das heißt, ich habe bis auf ein paar Prozent keine Hörner. Und das war für mich wichtig, weil mein Opa ist fast mal ums Leben gekommen. Weil in der Attacke von einem Bullen und auf der Weide, also bevor jetzt die Argumente kommen, ja im Stall und so, auf der Weide. Und ist fast ums Leben gekommen dabei. Und hätte dieser Bulle Hörner gehabt, wäre er definitiv nicht mehr hier heute. Und Stand heute ist er 83 Grad geworden und quietscht mit Jel und tingelt hier im Winter bei 8 Grad rum. Und baut mir gerade meinen Frostschutz fürs Wasser im Hühnerstall. Also, mir ist das ganz wichtig. Ich habe auch schon ein, zwei Erfahrungen gehabt mit Tieren. Denn, gerade wenn man jetzt im Winter sieht, im Stall, da ist es schon mal eng. Oder man muss zwischen den Tieren herlaufen. Und es muss von der Kuh nicht mal böswürdig sein. Aber wenn ich jetzt hier eine behornte Kuh habe und die schlägt richtig aus. Die sind so lange, die Hörner, auf beiden Seiten. Und die erschreckt sich von mir aus. Und die schlägt aus, ich sag mal, die schwerst verletzen. Und wenn sie keine Hörner hat, dann habe ich zumindest eine gute Chance, es zu überleben. Und ich habe auch schon mal einen auf dem Deckel bekommen. Und deswegen haben wir uns halt dafür entschieden, dass wir keine behornten Tiere möchten. Aber wir machen das halt über Züchtung und nicht über das Ausbrennen oder Wegätzen. Weil natürlich kann man die betäuben und man kann auch den Hornzapfen betäuben. Das wird dann mit mehreren Einstichen vom Tierarzt gemacht. Wollen wir aber nicht mehr. Und deswegen leben wir jetzt mit den behornten Tieren, bis unsere Züchtung so weit geht, dass wir keine behornten Tiere mehr haben. Also der nächste Bruder, der jetzt kommt, ist zum Beispiel Galloway. Wir finden die schön. Wir haben keine intensive Rinderhaltung. Also ihr seht, die fressen zum Beispiel nur Heu und Gras. Also die kriegen auch kein Silo mehr. Hatten wir bis vor zwei, drei Jahren. Aber die Fleischqualität soll wesentlich besser sein, wenn man nur Heu und nur Gras füttert. Und mir gefällt das auch sehr gut, weil es riecht quasi immer wie ein Kräutergacht hier im Stall. Ihr seht die Erika. Das ist auch schön, dass sie jetzt gekommen ist, ne? Hier hinter mir. Und das ist von der Erika die Tochter. Die hat noch keinen Namen. Also die heißt, die hat noch keinen Namen. Ja. Und jetzt, sie sehen wir mal was schönes für alle, die keine Kühe kennen. Also Kühe haben vier Mägen und sind sogenannte Wiederkäuer. Das heißt, die fressen jetzt zum Beispiel ihr Heu, speicheln das ein und dann schlucken die das runter. Und im Laufe des Tages würgen die das wieder hoch und kaum wieder. Und das macht die Erika gerade. Die hat jetzt was hochgewürgt aus ihrem Pansen, aus dem ersten Magen und kaum jetzt wieder. Und dann schluckt die das wieder ab. Klingt eklig, aber das ist bei Wiederkäuern so. Also das Wiederkäuer sind zum Beispiel auch Ziegen sind Wiederkäuer. Ist eine nette. Also ich bin froh, dass wir so noch haben. Aber hier sieht man auch schön die Hörner. Was ich eben gesagt habe, wenn jetzt die Erika sich erschreckt und die haut mir einen in die Brust, dann ist auch ganz schnell Ende aus Micky Maus. Weil die hat 750 Kilo. Auch Praktikanten und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir uns einfach gegen die Hörner entschieden. Und das ist ja züchterisch möglich. Und deswegen meine Lieblingskuße zum Beispiel auch eine Galloway. Die ist jetzt gerade nicht im Bild. Das ist die Anna. Und ja, das gefällt mir einfach sehr gut. Hatte. Oh. Und die sieht. Hier sieht man diese langen Hörner. Und sie ist eine Zukaufkuh. Die ist noch enthorned worden. Allerdings nicht von uns. Und hier ist ein Nachkommen von unserem letzten Bullen. Und die ist reinerbisch hornlos. Beziehungsweise genetisch hornlos. Und hier sieht man das Paradebeispiel daneben. Das ist ein 20% Tier. Das heißt, ist vom gleichen Vater wie sie. Hat aber Hörner. Aber wir züchten das einfach langsam raus. Und dann müssen wir niemanden mehr enthornen. Wo wir schon mal hier sind. Ich zeige euch mal gerade die Anna, meine Lieblingsku. Oder Ei, Ei. Es sind ja alle lieb, ne? Guten Tag, das ist die Anna. Ja. Und die Anna ist eine super Kuh. Die ist auch hornlos von Natur aus. Und die kriegt jeden Tag, äh, nicht jeden Tag, jedes Jahr ein Kälbchen. Ja, das ist die Paula. Die Paula ist auch Fernsehstar. Die gibt es der Doku auf unserem YouTube-Kanal. Könnt ihr mal gucken. Und da kommt die Paula vor. Aber ich möchte noch zwei, drei Sachen sagen zum Stall. Der ist ja komplett offen, luftig. Das heißt, die Kühe, die, ähm, ja, die kriegen auch Zug mit. Aber das, also hier ist eine ganz gute Luft, weil es ja quasi wie draußen ist. Die Kühe brauchen nur ein Dach. Die frieren auch nicht. Also bis minus 15 Grad ist es überhaupt kein Problem. Und die Temperaturen haben wir eigentlich nie. Also ich habe sie noch nicht erlebt. Ja. Und Stallhaltung machen wir ungefähr, ich sag mal, höchstens 100 Tage im Jahr. Also meistens haben wir die Kühe so ungefähr 200 bis 250 Tage im Jahr draußen. Dieses Jahr haben wir so ein bisschen früher rein geholt. Einfach weil wir so an einem Hof hatten durch Zufall. Aber normal haben wir auf den Außenflächen immer noch Kühe rumlaufen. Und, äh, ja. Und die fressen jetzt hier Heu und liegen auf Stroh. Beziehungsweise habe ich schon mal so Kompostartiges Zeug, was wir einmischen. Das sieht dann immer ein bisschen brauner aus, ist aber auch trocken. Und wir streuen zum Beispiel zwei bis drei Mal die Woche ein. Und ich würde sagen, ich höre jetzt mal auf mit meinem Adventskalender. Ähm, mit dem Türchen. Und wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich ganz toll, dass du dabei gewesen bist. Und, ähm, wenn du noch mehr über die Rinder wissen willst oder über die anderen Tiere, dann, äh, guck unter dem Video, findest du unsere Webseite. Und, ähm, ja, besuch uns gerne im Hofladen. Wir haben morgen wieder geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Und, äh, vor Weihnachten gibt's jetzt natürlich auch wieder Frischfleisch und so. Also, es lohnt sich auf jeden Fall zu kommen. Und, äh, ansonsten, abonnieren, teilen. Danke, dass du dabei warst. Bis morgen!